Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dies ist ein Format, was ich so noch nicht gemacht habe, was ich aber vereinzelt bei ein paar YouTubern schon gesehen habe und was Vorlage von BullshitTV ist. Und ich dachte mir, ich mache da einfach mal mit. Ich finde diese Videos eigentlich relativ witzig und vielleicht findet ihr sie auch witzig. Und deswegen gibt es heute von mir ein Dinge, die ich nicht sage. Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Es war relativ aufwendig. Ich hoffe, ihr seht, welche Arbeit dahinter steckt. Wenn ja und es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, wenn ihr Bock habt und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Spinnen sind meine absoluten Lieblingsthese. Also ich finde es irgendwie total blöd, naturblond zu sein. So, Weckerstellen für morgen. Hm, sechs Stunden Schlaf habe ich noch. Ach, das reicht mir locker. Also ich finde es total blöd, die Älteste von uns Geschwistern zu sein. Dadurch bin ich überhaupt nichts Besonderes. Was, ihr macht zwei Wochen Strandurlaub? Das ist doch voll langweilig, oder? Also ich wache jeden Morgen genauso auf, wie ich auch eingeschlafen bin. Ich hab wirklich nie Kopfschmerzen. The Walking Dead? Hab man nie von gehört. Ich liebe das Oktoberfest. Also ich schlafe gerne total kalt. 15 Grad, wärmer darf es im Raum nicht sein. Ich liebe Bügeln. Ich hasse Schokolade. Was? Komplettes Partywochenende? Alle Clubs für 10 Euro? Bin dabei. Ein Leben ohne Brille? Ach, so toll war das auch wieder nicht. Oh, ich liebe meine Haut. Die ist so richtig schön rein und ich bekomme wirklich nie Pickel. Also ich hatte noch nie das Problem, eine Hose zu finden, die lang genug für meine Beine ist. Ich hasse Ikea. Ich hab mir noch nie irgendwas von Ikea gekauft. Die Möbel dort gefallen mir überhaupt nicht und sind viel zu teuer. Ich rede immer so leise. Nie versteht mich jemand. So, das Video ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich vielleicht noch einen zweiten Teil drehen, weil es gibt genug Dinge und ich hab von meiner Liste noch lange nicht, hat das abgearbeitet. Also lasst mir einen Daumen hoch da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, einen schönen Mittag, wann immer ihr das Video seht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!